jolo und herzlich willkommen zu einem neuen counterstrike basierten video wieder mal ein trade up ja und ihr seht schon heute werden wir zum allerersten mal auf dem red skin trade up zumindest in dieser serie aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr was ich in der ersten serie folge dieser serie gemacht aber ich glaube das war vom fetten weihnachtsmonat wo ich jeden tag drei cases geöffnet habe der trade up davon naja ich glaube dann sogar zum trade zum red trade up durch keine ahnung was wir bekommen ist auch egal wir haben mehrere collections ja einige mehr teurer er andere billiger und zwar haben wir die chrome dry kollektion mit der fleet flock weil die jetzt ziemlich günstig ist wie wir beim letzten mal auch festgestellt haben einmal werde ich es aber natürlich behalten möchte ich cool finde dann ja eigentlich könnte mir die bloomstick auch reinwerfen jetzt gar nicht daran gedacht wenn ich jetzt ehrlich bin weil ich habe hier jetzt alle gekauft in der tat da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht aber so eine jaguar wobei ich weiß nicht die jaguar in ernst der gruppe ist glaube ich nicht so viel wert egal tun wir einfach mal so rein wie ich es vorher gedacht habe also wir haben auch die hier die revolver kollektion weil die wahrscheinlich eher nicht so geil ist soll ich eigentlich nur so zum auffüllen auch dabei so ähnlich wie die foul play weil die beiden kollektionen sind wohl am wenigsten wert naja die kollektion ist wahrscheinlich am wenigsten wert weil ich habe keine ahnung für wie viel die so verkauft wird ehrlich gesagt aber nicht besonders viel denke ich das sieht doch gut aus genau ja also kompletter rip wäre natürlich r8 revolver fade und p90 asimov alles andere a und die neon rider genau das sind die a und die deshalb verdammt noch mal es ist eigentlich scheißegal was kommt das ist überall einmal rip bis auf der bei der cyrex weil hier die hyperbeast und die aquamarine drin sein können die sind beide wahrscheinlich mehr wert als ich investiert habe allerdings habe ich davon auch nur eine weil die kostet knapp 2 euro ist fast doppelt so teuer wie die anderen skins genau ja also chroma 3 kollektion die judgment of anubis eigentlich hätte ich diese total gerne weil ich die würde ich sogar spielen ist mir scheißegal wie viel sie wert ist und ja wird heute ein sehr kurzes video wir werden auch nur ein trade up natürlich machen dieses kästchen ich werde immer besser weil er relativ teuer ist und red skin aber ich denke mir hier mögen die kürzeren trader videos sowieso lieber habe ich gemerkt kann man da erkennt dass das mein name ist wahrscheinlich nicht egal let's go hoffen wir mal dass es alles andere hoffen wir einfach dass die judgment of anubis oder die chanticofeier mein gott jetzt auch nichts dagegen und es ist eine m44 scheibenkleister oh rip ey die ist keine 10 euro wert man holy shit oh mein gott die sieht ja schon aus als wäre sie nichts wert obwohl es ein red skin ist 4 euro was die ist ja fast so wenig wert wie die desert strike rip ich hätte doch nicht so viele scheiße executioners kaufen sollen aber es waren drei ja so viele waren es es waren 30 prozent jetzt eigentlich war das jetzt nicht so heftig scheibenkleistermann mein wenigstens nicht der 8 revolver weil ich will gar nicht wissen wie wenig der wert ist aber wahrscheinlich ist das sogar mehr werden ne wahrscheinlich nicht aber rip 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 ich dachte es wird wirklich m4 1 weil das wäre entweder hyperbeast xyrix oder chanticofeier und die werden alle drei relativ wirf aber leider nicht leider nicht schade naja egal hammer was haben wir ein minus gemacht 8 dollar ungefähr rip 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 naja egal wie gesagt nur ein trailer heute ich bedanke fürs zusehen macht's kurz rein bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten mal